hallo freunde der käuflichen liebe und herr willkommen mal wieder bei eurem schule zu einer neuen folge creativerse auf dem freitagabend oder gut freitagabend veröffentlicht wann ihr das video hier guckt wer weiß jetzt geht doch hoch du ach so ne hier habe ich ja gar nicht mehr so letztes mal war ich ja ganz unten in der höhle ja offscreen hat mich leider was gekillt wie heißt der hot food so ein elendes drecksvieh kam plötzlich angehoppelt war eben eben schon mal kurz online und wollte mal gucken okay wie sieht es denn jetzt aus und dann kam er plötzlich so vier an hat mich ein bisschen angekotzt ehrlich gesagt aber gut was willst du machen so jetzt moment hole ja man naja 30 sekunden okay er braucht zehn sekunden weiter fertig dann stellen wir mal ein paar diamanten her alter schwede so was haben wir hier jetzt muss erst mal sortieren es geht auch definitiv wieder und noch mal runter in die höhle aber wie gesagt ich muss jetzt erst mal gucken was ich hier alles habe an erz und sonstiges gedöns dass ich erstmal wieder ein freies inventar kriege so habe ich hier die bonus chest name dann oh gott das magnetite formalin habe ich hier auch schon drin stone auf jeden fall in einem stone bedrock irgendwie warmer oder entzündeter felsen irgendwie sowas hier hattete lava silvstone salt rock dirt koralle wood floor ok das ist das ach so die für die pilze so dann haben wir hier jede menge monster gedöns dass das drei obsidian schwerter leck mich fett so ach so ich habe hier unten ja auch noch was moment matt stalaktit mold habe ich auch hier okay dann matt sulfur also schwefel schwefel packe ich gleich zu steinen mit wood floor habe ich hier glaube ich noch gar nicht drin ne ne egal ein damit koralle wird äh halt ist das hier meine sonstiges trohe hier das gedöns das äh oh hier den das das was ist das stone path moment wie kann ich die denn ah alles klar danke so ich habe doch noch lampen schwefel kommt hier rein so die kommen erstmal nach da dann brauche ich hier die extraktoren noch aber erstmal solange ich die pilzsporen noch habe alter ich glaube bei dir hackt es was willst du hier wozu kann man hier eigentlich zäune bauen bringen ja mal irgendwie goernix erstmal ernten jup so mal kurz gucken rote pilze habe ich 995 das sind 1 2 3 4 6 7 8 9 10 hm was war das denn gerade für ein geräusch so so das heißt das heißt 10 mal ernte ich die 995 hatte ich das sind schon mal 4 888 oh yes baby alter mhm so nee halt das sind moment rot so alle gelegt jup dann 10 mal braun mhm okay ah da ist er und die leuchtenden pilze world data not available what alter wenn das spiel nicht so ich kann es hier anders sagen verbuggt wäre dann würde das mir auch deutlich mehr noch mehr oder noch deutlich mehr Spaß machen so hier weizen alter ja hä oh Gott oh Gott das ist echt egal hier einmal aber ernten also auf jeden Fall muss ich mal wieder ein paar Brote backen mal doch oder 9 na erstmal reicht das ja noch theoretisch ähm wie sind denn das jetzt 1 2 4 5 6 7 8 9 18 18 18 36 54 yeah jo dann stellen wir erstmal ein paar Weizensamen her so die kommen da rein ach die hab ich auch noch so Korrelle bla bla hallo rein da äh Moment Korrelle war hier das da rein das da rein dann ja das Monstergedöns schmolzenes Wachs habe ich das hier jip und Liane auch sehr schön okay und dann brauche ich noch die hier Stoneslap Obsidian Slap Stoneslap haben wir Obsidian Slap haben wir aber da brauchen wir auch wieder welche oh Obsidian und Stein normaler Stein Limestone äh Stein so mhm nur komm mhm mhm äh so die stellen wir her Stein zack und siehst du ich habe ja noch eine zweite Schmiede da hätte ich direkt nochmal Diamanten oder nee warte da nee auch nicht hier wo ist denn Kohle jetzt äh da Kohle und Eisen nehmen wir mal beziehungsweise Diamanten nehmen wir auch mit damit füllen wir das hier auf und hier Kohle und Eisen so ganzen Geschisse wieder da rein jetzt habe ich hier Diamond so jetzt wird es interessant Diamantschwert Arctic Mirror Oh Gott ja die Viecher habe ich schon mal irgendwo gesehen Indianwood Ironwood da können wir zu kommen mhm alles Klärchen so Stein ach so hier das Obsidian und Stone die Samen so alles Klärchen dann was sagt die Rüstung oh er ist bald Fritte Iron Mining Cell den brauche ich mal dafür brauche ich Salt Walk puh okay noch nicht mal so wenig ey so Eisenbarren Obsidian Slap äh aha sind das genug ja okay Salt Walk Salt Walk äh Salt Walk oha nur 8 okay davon brauche ich definitiv noch welche reicht gerade so ey Glowing Mushroom habe ich Seashells habe ich da so sehr schön Warften Moment das ist doch immer drücke ich die falsche Taste so so das Ding das Zeug hier wieder zurück sehr schön das kann erst mal alles brennen das kann herstellen alles gleiche dann geht's erst mal zurück in die ich nenne es mal Miene doch Extraktoren habe ich genug erst mal denke ich Muscheln können nicht schaden jetzt wo ich die für den Eisenhandschuh hier brauche kann man hier auch mal nebenbei farmen ne ey komm her 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 Abflug geh ich mir aus dem Weg so mhm euch nehmen wir auch mit kann ich vielleicht auch einpflanzen oh ok stimmt da hatte ich glaube ich noch Obsidian das habe ich noch gar nicht eingesammelt jup sehr schön so ähm ich will hier erst mal das kann alles nach oben und wenn ich Saltrock finde dann uh ok Steelstone Stone Atrock Stalactite ähm Mold ok welches ist denn oh hier ist Eisen wie konnte ich das denn übersehen oder bildet sich das irgendwann neu ne 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 ja hier doch was und da ist noch Obsidian alter da geht es noch weiter oh yes ok äh nehmen wir das für äh wo war jetzt das Obsidian da oh ok der ist jetzt kaputt na gut kann ich erstmal kann ich ja noch so abbauen oh ne das nicht shit ok so ausrüsten ist hier noch Obsidian oder sind das die einzigen beiden ne da ist doch noch was sonst sieht man hier leider gar nichts so wirklich so ein bisschen Licht hier reinbringen in die Hütte aber ne da ist nix schade hätte ja sein können ne so das dauert noch das dauert noch gut mhm würde ich sagen an dieser Stelle beende ich den Part hier einmal na im nächsten Part geht es dann wieder weiter nach unten mal gucken ob noch Diamanten da sind die ich farben kann ob ich so einen dämlichen Hot Food noch finde die Mistviecher mich wundert nur dass ich das letzte Mal gar keinen gesehen habe davon aber gut ist halt so wenn es euch gefallen hat schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein ne vergesst nicht ein Abo dazulassen würde mich extrem freuen vergesst nicht nach dem Abonnieren die Glocke zu aktivieren nochmal damit ihr auch Benachrichtigungen in eurer Abo-Box bekommt wenn ich ein Video hochlade oder wenn ich meinen Livestream starte in diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal haut rein euer Schulle ein Abo-Box-Masch-Ger ein Abo-Box-Masch-Ger